Hallo Leute, das erste Video für diesen Morgen ist gedreht und wird gerade hochgeladen. Jetzt folgt schon das nächste und zwar ist dieses ein What's on my Apple Watch mit der Nummer 19. Ich starte die Apple Watch Synchronisierung. So, hier haben wir meine Apple Watch mit dem Ziffernblatt, ich glaube es ist Kontur, ja Kontur heißt es. Da sieht man halt das Datum, Tag und Datum halt, Uhrzeit und wie viel ich schon gelaufen bin. Und jetzt gehen wir mal in die Apps, gehen wir mal ins Detail. Da ist unter anderem Telefon, Mail, Nachrichten, Karten, Shazam habe ich mir runtergeladen, FODMOP auch. Genau und sonst sind eigentlich alle Apps schon drauf gewesen, die ihr hier seht. Genau, ich habe immer noch die Apple Watch 7 und ja, das war es von What's on my Apple Watch Nummer 19. Ich werde nachher auch noch ein Quiz-To-Let's-Play drehen, also seid gespannt. Tschüss Leute! Tschüss Leute! Tschüss Leute! Tschüss Leute! Tschüss Leute!